Tag, Nils. Sag mal, hast du die Zeitung irgendwo gesehen? Ich hab die Lottozahlen nicht. Hey, die hat doch der Papa mitgenommen auf Arbeit. Was machst denn du da eigentlich? Na, na, ich spiele am Computer. Hat das der Papa erlaubt? Ja. Komm, Opa, setz dich doch einfach mal mit her. Nee, nee, davon verstehe ich nix. Ist aber ganz einfach. Das hier ist zum Beispiel ein Monitor. Wie ein Fernseher, nicht? Und hier unten drin ist die Hardware. Du weißt doch, was Hardware ist. Ja, ja, klar. In meinem Alter ist das was Schönes, nicht? Hä? Na, guck mal, ich bin 78. Das wär schön, wenn da nochmal Hardware.